Heute kommen wir zum Albtraum für so manchen Hundeführer, der eine Prüfung in IFH1, IFH2 oder IGPFH führt. Eine Verleitung. Was ist nun eine Verleitung? Eine Verleitung ist eine Fährte, die quer über die zu suchende Fährte drübergelegt wird. Meistens so zwischen 90 und 60 Grad zur Originalfährte. Diese Fährte ist immer frischer als die Originalfährte, also in vielen Fällen leichter zu suchen. Und folgt der Hund der Verleitung, dann muss der Hundeführer dem Hund folgen. Er kann ihn nicht zurückhalten und der Leistungsrichter pfeift ab, sobald der Hund sich mehr als 10 Meter von der Originalfährte entfernt hat. Es ist unter auch erfahrenen Hundeführern umstritten, ob man Verleitungen trainieren soll. Ich bin der Meinung, ja, man sollte sie, um die Wahrscheinlichkeit zu vermindern, dass man bei einer Rüfung aufgrund der Verleitung durchfällt. Wie immer findet ihr alles Wissenswerte rund um das Verleitungstraining in meinem Trainingsbuch Pferdenarbeit. Hier an dieser Stelle geht es um die Praxis in aller Kürze. Ich zeige euch am Anfang, wie Verleitungen häufig gelegt werden, bei Ortsprüfungen, bei überregionalen Prüfungen. Und diese Variationen solltet ihr alle trainiert haben. Um dem Hund ein möglichst fehlerfreies Lernen zu ermöglichen, ohne dass der Hundeführer helfen muss, ist es sinnvoll, dass die ersten Verleitungen durch jemand anders gelegt werden als die eigentliche Fährte. Und zweitens die Verleitung so gelegt wird, dass auf beiden Seiten der Verleitung im Prinzip ein Fährtenabriss vorhanden ist, sodass der Hund, wenn er in die Verleitung gehen will, gleich wieder merkt, dass die Verleitung aufhört durch den Abriss und von selbst auf die ursprüngliche Fährte zurückkommt und selbstständig weitersucht. Jetzt kommen wir zum zeitlichen Ablauf, den man beachten sollte, wenn man eine Verleitung legt. Zuerst wird die normale Fährte gelegt, und zwar in leichtem Gelände, damit der Hund mit der eigentlichen Fährte gar keine Probleme hat, sie zu finden. Jetzt ein bisschen alles beschleunigt und hier komme ich zurück, damit ich in zwei verschiedenen Richtungen dann auch die Verleitung für den Hund legen kann. Eine halbe Stunde bis zweieinhalb Stunden später, je nachdem was ich trainieren will, lege ich die Verleitung. Hier suche ich zunächst, wo genau die Fährte liegt. Dann gehe ich mit einem verstärkten Schritt über die Fährte und lege noch Futter in den ersten oder zweiten Schritt hinter der Verleitung, damit der Hund gleich nach der Verleitung auf der richtigen Fährte seine Belohnung bekommt. Hier der kleine Kerl will in die Verleitung reingehen. Hinten sage ich nur, das kennt er schon, geht weiter und bekommt sofort die Belohnung. Hier ist der Rückweg, ähnliche Stelle mit der Verleitung, aber hier hat er die Verleitung überhaupt nicht wahrgenommen. Keinerlei Reaktion, nur der Futterbrocken nach der Verleitung. An dem merke ich, dass ich über die Verleitung mit ihm drüber gegangen bin. Die Frage ist nun, wie gehe ich mit dem Hund um, wenn er an die Verleitung kommt und die Verleitung annimmt. Hier ein Beispiel mit einer sehr jungen Schäferhündin. Die erste Verleitung zeigt sie überhaupt nicht an, aber die zweite. Sie geht gleich rein, die Hundeführerin blockiert. Der Hund wird sehr aufgeregt, stellt das Suchenzeitweise ein, ist total irritiert und dann zeigt die Hundeführerin mit der Hand, wo es weitergeht und hilft dem Hund. Und wie man sieht, der Hund sucht weiter. Also am besten Leine blockieren, den Hund weitersuchen lassen. Wenn er wirklich auf der Fährte ist, dann loben, bestärken darin und eventuell hat man ja vorher ein Leckerli direkt nach der Verleitung gelegt und dann belundert sich für die richtige Fährte selbst. Hier ein Border Collie. Die erste Verleitung hat er überhaupt nicht angezeigt. Dafür aber diese Verleitung. Er nimmt die Verleitung an, der Hundeführer blockiert, sagt ein deutliches Nein. Der Hund beschwichtigt, ist verunsichert. Der Hundeführer lässt ihn weiter suchen. Der Hund ist schon ein bisschen erfahrener. Der Hundeführer geht etwas nach vorne, hilft ihm dadurch. So, jetzt hat der Hund die Fährte aufgenommen. Der Hundeführer lobt ihn hinten und weiter geht's. Hier der gleiche Hund, die gleiche Fährte, aber eine andere Verleitung. Man hat nur ganz kurz gesehen, wie er mit der Nase kurz in die Verleitung ist. Dann hat er es gleich gecheckt, dass das eine Verleitung ist und geht auf der richtigen Fährte weiter. Diese Verleitung nimmt er an. Sie war allerdings auch kurz vor dem Winkel gelegt. So was legt man eigentlich nicht höchstens im Training. Aber er hat souverän gelöst. Hier ein ganz, ganz junger Border Terrier. Hier geht's in die Verleitung rein. Ich sag Nein. Und weiter geht's. Er hat souverän für sich gelöst. Bei dieser Verleitung. Die nächste Verleitung kann schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Also wenn ihr mit dem Hund an eine Verleitung kommt, der Hund die Verleitung annehmen will, blockiert die Leine, sodass er nicht in die Verleitung weiter reingehen kann. Reicht das nicht aus? Findet der Hund die Pferde dann trotzdem nicht? Dann könnt ihr es ihm zeigen oder sagt ein freundliches M-M-M, damit er weiß, dass er nicht richtig ist. Am besten aber ist es, wenn ihr die Verleitung legt, dass ihr in den nächsten Fußstapfen nach der Verleitung auf die Pferde ein Leckerli legt. Das zieht den Hund meistens über die Verleitung und er belohnt sich sofort selbst, wenn er wieder auf der richtigen Pferde ist. Ausprobieren, immer wieder üben und mit wachsender Erfahrung wird er lernen, die Verleitungen nicht anzunehmen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. So und jetzt seid ihr gefragt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like oder abonniert meinen Kanal. Wenn nicht, dann schreibt auch, was euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr thematische Anregungen habt, dann lasst es mich bitte wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt auch, was euch das Video gefallen hat.